Hey, 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 und herzlich willkommen zu diesem Unboxing von der Trendrader-Bucks. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Und, genau, wir unboxen die August-Bucks. Der August ist ja jetzt schon so gut wie vorbei. Was irgendwie ziemlich schade ist, aber ich finde, die Trendrader-Box ist so ein guter Abschluss von dem Monat. Das Motto heißt Tropical Vibes. Tropical, Tropical Vibes. Und, genau, also die Trend-Box ist ja ein Monatsabonnement. Man kann auch zwischen Monats, Jahres oder flexibles Abo wählen. Und ich habe auch einen Rapport-Code für euch. Der ist DORI15415% auf eure Bestellung. Also, wenn ihr Lust habt, schaut gerne in der Infobox vorbei. Und wenn ihr an dem Gewinnspiel mitmachen möchtet und diese Box gewinnen, dann schaut in die Kommentare vorbei. Ihr müsst Mitglied, nee, nicht Mitglied, um Gottes Willen, Abonnent meines Kanals sein, Abonnent von Trendrader sein, hier auf YouTube. Und einen Kommentar schreiben und mir schreiben, wie ich euch erreichen soll. Also, sei es Instagram, E-Mail oder, ja. Was soll ich denn? Tropical. So, ich lese euch mal kurz den Text hinzu vor. Deine Tropical Vibes Box zwischen Büro und Hausarbeit. Einfach mal die Gedanken schweifen lassen und sich an die weißen Sandstrände dieser Welt träumen. Ein Pina Colada Cocktail in der Hand und die Füße im türkisblauen Meer. Wenn dir das in den vergangenen Wochen genauso gegangen ist, wirst du damit nicht allein. Warst du damit nicht allein. Wir wollen gemeinsam mit dir ein tropisches Urlaubsfeeling aufkommen lassen und haben dafür die perfekte Trendbox für dich zusammengestellt. Entdecke deine vier neuen, exotischen, angehauchten Lifestyle-Produkte und verwandle dein Wohnzimmer in ein tropisches Paradies, in dem schon an der nächsten Couch-Ecke eine frische Kokosnuss auf dich wartet. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken deiner Tropical Vibes Box im Hauptkuss. So, dann beginnen wir doch mit dem Unboxing und als erstes sehe ich schon was ziemlich, ziemlich cooles. Und zwar haben wir eine Schale aus Kokosnuss. Kokosnuss. Das ist eine echte Kokosnuss. Gehe ich mal stark davon aus. Die sieht nämlich sehr rustikal aus. Diese kostet 6 Euro. Und dazu gibt es auch einen Kokosnusslöffel. Ich meine, wenn schon, dann schon. Der hat ein anderes Muster. Ist aber auch Kokosnuss. Und diese kostet 4 Euro. Also, wenn man daraus ein Muster sieht, dann fühlt man sie, glaube ich, richtig fancy. Richtig, richtig cool. Richtig. Ich glaube, das ist vielleicht auch mein Favourite Produkt. Von dem, was ich schon sehen kann. Okay, let's go to the next one. Und wir haben Vitamin C Serum für die Haut. Das sieht so aus. Und das dient zur Zellaktivierung, Glättung und Feuchtigkeit. Das ist ein Glowbooster. Das Unternehmen Schäbens, glaube ich, arbeitet zu 100% plastikneutral zusammen mit der Organisation Plastic Bank. Sorgt Schäbens dafür, dass für jedes Kilogramm Plastik in der Produktionskette ein Plastik-Ambivalent aus dem Meer gefischt und in die Recyclingkette zurückgeführt wird. Ist auch vegan. Schäbens, schenkt frischen Glow und mehr Energie, steigert den Feuchtigkeitsgehalt um bis zu 87% und verfeinert den Tor und glättet die Haut. 0% Mikroplastik, PEG, Silikone, Paraffine, Farbstoffe und so weiter. Also 0%. Dann haben wir Cookies aus Dinkel-Hanf-Schoko mit Markerwurzel. Die beiden Superfoods Hanf und Markerwurzel machen aus dem ohnehin schon traumhaften Cookie Erlebnis eine kulinarische Reise um die Welt. Energie, Schub und guter Laune sind vorprogrammiert. Nur für Erwachsene. Also zur Aufklärung. Davon werdet ihr nicht heißen. Ich muss sagen, dass ich diese Videos dann im Sitzen irgendwie voll entspannt finde. Als wenn ich immer stehen muss. Mal gucken, vielleicht ändere ich demnächst irgendwas an meinem Setup. Dann haben wir ein Don't Worry BeBuddy CBD Brow Shot. Was ist CBD? Cannabidiol. CBD ist ein Bestandteil des weiblichen Handels. Im Gegensatz zu dem Cannabis ebenfalls enthaltenen psychoaktiven Wirkstoffen. Tetrahydrocannabinol THC hat CBD keinen berauschenden oder bewusstseinsverändernden Effekt und wird von der Weltgesundheitsorganisation als unbedenklich eingestuft. Der Körper ist anders. Wir empfehlen deshalb 1-2 Sprühstöße des Buddy eher kurz unter die Zunge zu sprühen. Bei Bedarf kannst du aber problemlos mehr nehmen. Buddy pflegt mit seinen Kosmetik-Zertifizierten Produkten den Mund- und Rarrenbereich. Neben den Buddys, ah gut, gibt es von Buddys auch eine Blablabla. Okay, das ist was anderes. Also, ähm, ich hab immer noch nicht ganz verstanden, was es ist. Ah ja, Moment, ähm, es gibt auch ein Trend-Goodie. Genau, das ist das Trend-Goodie als 12-Monats-Abonament. Das bekommt man, wenn man Jahresabonnement ist. Perfekte Balance zwischen Stärke und Gelassenheit. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, das soll irgendwie so entspannen. Ähm. Ich mache das jetzt voll. Ich mache das jetzt voll. Das hat keinen wirklichen Geschmack. Interessant auf etwa. So. Ähm. Dann haben wir eine Haarspange. Diese Haarspange ist dein neues Fashion-Accessoire mit Nachhaltigkeitsfaktor. Plastik-Frei, vegan, super nachhaltig. Diese exotische, dieser exotische Haarschmuck besteht aus gepressten Zellulose-Resten. Also, das ist Zellulose und kein Plastik. Damit kann man sich die Haare am besten hinten, so wie ich das jetzt eigentlich habe. Aber ich habe das hier mit einem Gummiband. Dann könnte man das auch hier mit hinten machen. Ich würde das ungefähr so aussehen. Ziemlich cool. Gefällt mir. Okay. So. Dann geht es weiter mit und ein Bio-Fysalis, ähm, feinste getrocknete Fysalis. Wie schmeckt denn sowas? Okay, es gibt auf jeden Fall noch andere. Ähm, es gibt noch, ähm, tropische Trockenfrüchte. Genau. Ich habe jetzt die hier. Wie, das riecht. Wir sind jetzt wie aus. Das riecht. Vernộiw respecting ihr ali. Schmeckt voll gut. Kann man ja so ein richtig geiles Müsli machen. Hier drin. Und hier oben drauf. Es sind auch wirklich viele da drin. Ich muss sagen, ich finde diese Box für diesen Monat auch ziemlich cool. Das ist eine Riesenklamm. So. Bio-Soup. Quickie. Karotte. Kokos plus Ingwer. In Süppchen. Hot & Coat. Trinksuppe. Tut mir leid, dass ich wieder... Ähm, ja. Auf dem Bildschirm gucke und nicht in den Viewfinder. Lust auf einfrochtigen Suppen, Quickie? Auf dem Bildschirm gucke. Auf dem Bildschirm gucke. Auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm. Okay. Das glaube ich nicht so meins, aber naja, soviel on the go, on the go, on the go. Kann man das bestimmt machen. Okay, dann haben wir Kokoswasser. Ich habe mich schon oft herangetraut. Ich finde es einfach nicht lecker, wenn ich ganz ehrlich. Es gibt bestimmt welche, die das lecker finden. Ich finde immer, das sieht so gut aus und schmackhaft. Aber wenn man das dann trinkt, sieht es dann anders aus. Aber passt auf jeden Fall halt auch zu der Kokosluss, zu dem Vibe von der Box. Deswegen, das verstehe ich schon. Das passt auf jeden Fall. Mit dir Kokosnusswasser. Ja, komm. Ist okay. Doch, ist okay. Wenn es kalt wäre, wäre es, glaube ich, angenehmer. Also man kann es drängen. Es schmeckt. Es schmeckt okay. Okay. So. Next, wir haben eine Body Lotion. Nehme ich an. Body Souffle 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 Souffle. Keine Ahnung. Der tropische, frische Kick für deine Haut hat in deiner Tropical Vibes Box die Gestalt von fruchtige, frischen Body Souffle Souffle Souffle. Der Natur, Kosmetik, Nagel, Hummer plus Kind. Die cremige Texture zieht super schnell ein und hinterlässt neben dem himmlischen Tuch von Aprikosen, Kernöl und Schärferte. Ein durchweg sanftes Hautgefühl. Die fluffige Body Lotion ist auch für sensible und trockene Haut geeignet. Perfekt für heiße, tropische Tage. Ich glaube, ich kann schon riechen. sehr fruchtig. Nee, ja doch. Keine Ahnung, ich kann Geräusche nicht beschreiben. Für mich ist alles fruchtig. Räuchte war ziemlich gut. Definitiv. Ist noch voll, ja. Voll die große Verpackung, finde ich. Oder? Ist schon groß. Oh ja. Darauf freut man sich auf jeden Fall, wenn man alleine wohnt und nicht mehr bei den Eltern. Ein Bio als ein kleiniger. Klimaneutral. Das ist gut. Mit Grapefruitöl. Gegen alle Arten von Schwarz. Der besteht nämlich aus 100 Prozent, ähm, oder ist, ja, aus 100 Prozent auf Basis natürlicher Wirkstoffe, umweltverträgliche, ähm, Zucker, Denside, sorry, ich weiß nicht, was das ist, ähm, frischer Duft aus ätherischen Ölen. Zertifiziert nach NCP-Standard und Flasche aus 100 Prozent, recycelt, 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 und die Flasche besteht aus, das könnte ich auch nicht fachlesen. Kostet drei Euro. Ok. So, wir haben noch mehr. Okay. Das vorletzte Produkt, sagen wir es mal so, ist eine Seife. Eine Olive Papazou-Seife. Und hier schauen wir, was hier dazu steht. Für ein exotisches Urlaubsfeeling müssen nicht immer nur Kokos und Ananas zum Einsatz kommen. Die Peeling-Seife von Decorys Senses verführt dich mit dem Duft von Citrus, Gras, Minze und einem Hauch von Weihrauch. Während die wertvollen Inhaltsstoffe wie Olivenöl, Papazouöl und Mandelmilch deine Haut sanft pflegen, ohne sie auszutrocknen oder zu überfetten. Hast du einen langen Satz? Der zusätzliche Peeling-Effekt wird durch Olivenstein und Mandelkerngranulat erzeugt. Ganz ohne Palmöl, Parabene und Co. Das ist cool. Das ist eine Peeling-Seife. By the way, jetzt kann man das nicht sehen, aber mein Haut ist so heftig am Peelen. Ich bräuchte ganz dringend ein Peeling, denn die ganze Bräune löst sich jetzt langsam so ab. Weil ich mich nicht eingekränkt habe danach, weil ich es direkt wieder ausgeschwitzt habe. Deswegen, so ein Peeling kommt jetzt ganz gut. Natürliches Peeling. Natürliches Peeling. Okay, und zum Schluss. Jetzt haben wir noch einen Umschlag mit Surprise Inside mit Liebe für dich gemacht. Erstellt es könnt ihr. Hier sind Bilder drin. Die steht da hier hinten drauf. Und da hinten drauf. Hier ist meine wunderbar. Hier wird das nicht so toll. D, da ist also so ein guter WhatsApp. Das ist aber nicht so mein Favorite. Aber die zwei könnte man, glaube ich, richtig cool so im Bart aufhängen. Die sind auch richtig hochwertig, die sind auf jeden Fall stabil und dick. So ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Boxing gefallen hat. Vergesst nicht die Infobox und die Kommentare abzuchecken. Und wenn ihr etwas bestellen möchtet, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr den Code DORI15 benutzen würdet. Denn dann würde ich eine kleine Provision bekommen. Bis dann, tada.